Ein Audi A3 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Dreitürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 119.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 150 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017